Hallo. Geht's dir hin? Was ist denn an dem Koffer? Eine Tokarev. Fass sie an. Nimm. Nimm sie in die Hand. Was? Traust du dich nicht? Wovor hast du Angst? Trafen sie dazu da, berührt zu werden. Berühr sie ganz sanft. Berühr sie. Eine Handgranate. Nimm. Berühr sie. Ja. Haben sie dir das in Venezuela nicht beigebracht? Nein. Hier. Nimm sie in den Mund. Komm schon. Ja, kurz so. Mach den Mund auf. Spiel damit. Nein, mach die Augen nicht zu. Mosse nicht zu. Du könntest sterben. Nicht mit der Zunge als mit den Zähnen. Das machst du gut. Spür sie. Okay. Und jetzt. Worüber lasst du? Über dich. Wieso das? Du und die Frau. Du und die Waffen. Das findest du lustig? Waffen sind für mich zusätzliche Extremitäten. So wie meine Arme. Das hab ich im Trainingslager damals in der BK-Ebene gelernt. Und was sonst noch? Naja, ich hab auch noch gelernt. Wenn man jemanden töten will, muss man schnell handeln. Und man muss genau auf die Nase zielen. Wenn werde meinen Jungs.'" kommen uns da Park. Prescher.